Eine Süßware, auch Süßigkeit, ist ein festes Lebensmittel, das einen hohen Anteil an Zucker hat. Sie zählt nicht zu den Grundnahrungsmitteln. Süßwaren werden üblicherweise von Zuckerbäckern hergestellt, Süßspeisen hingegen werden üblicherweise von Köchen bzw. vom Patissier zubereitet und als Speise serviert. Zu den Süßwaren zählen Zuckerwaren wie Bonbons, Zuckerwatte, Lokum und Halva, Kakaoerzeugnisse wie Schokolade. Mit Zucker haltbar gemachte Früchte wie Marmelade, Gelee und kandierte Früchte, Gummibären und andere Fruchtgummis, viele Dauerbackwaren, auf Nüssen basierende Spezialitäten wie Nougat und Marzipan und nicht zuletzt das Speiseeis. Geschichte und Verbreitung Bis etwa ins 16. Jahrhundert galten Süßwaren in Europa als Luxusartikel, den sich nur der Adel leisten konnte. Inzwischen hat sie vollständig Einzug in die europäische und amerikanische Eskultur gehalten. In Asien gehören Süßspeisen seit langem zum gewöhnlichen Speisenrepertoire. In Deutschland verzehren Männer im Durchschnitt 55 Gramm Süßwaren täglich, bei den Frauen sind es durchschnittlich 48 Gramm. 2010 wurden in Deutschland 3,7 Millionen Tonnen Süßigkeiten produziert. Das Werbebudget betrug 790 Millionen Euro bei einem Umsatz von 12 Milliarden Euro. Süßwaren, die an Festen wie Karneval ins Publikum geworfen werden, nennt man in vielen Regionen Deutschlands Kamellen. In der Schweiz heißen die Bonbons, die an Hochzeiten geworfen werden. Feuersteine Inhaltsstoffe Süßwaren bestehen zum größten Teil aus Zucker, U, U, Fetten und Aroma sowie Farbstoffen. Der Zucker kann aus Monosacchariden oder aus Disacchariden stammen. Verstärkt wird Glucosesirup neben dem Zucker als Ausgangsbasis speziell für klebrige Süßwaren wie Schaumküsse verwendet. Die Verwendung von Fruktose als eine Alternative zum Haushaltszucker speziell für Diabetiker wird in den gesundheitlichen Wirkungen unterschiedlich bewertet. Als Ersatz für den Zucker werden auch Süßstoffe eingesetzt. Diese haben einen geringeren Energiegehalt. Durch spezielle Aromastoffe, wie sie vor allem in Kakao vorkommen, wird der menschliche Körper zur Bildung von Botenstoffen angeregt, die ihm Wohlgefühl vermitteln. Punkt. Folgen des hohen Zuckergehaltes Aufgrund ihres hohen Zuckergehaltes können Süßwaren mitverantwortlich für Übergewicht sein. Er gefährdet auch die Zahngesundheit durch die Förderung der Entstehung von Carries. Im Jahr 1983 empfahl die Weltgesundheitsorganisation, den Konsum von nicht-kariogenen Süßwaren zu fördern. Sogenannte zahnfreundliche Süßigkeiten enthalten keine zahnschädigende Substanzen wie Säuren oder Zucker, sondern Zuckerersatz- oder Zuckeraustauschstoffe und Süßstoffe, die bei übermäßigem Verzehr abführend wirken können. Die 10 umsatzstärksten Süßwarenhersteller in Deutschland Sternchen geschätzte Daten. Mhm.